Das sind Thomas und Lorenz. Beide tanzen gerne. Klar, davon können sie nicht leben, deshalb haben sie vor über 30 Jahren angefangen, zusammen zu stromern. Und weil viele Hände mehr schaffen als vier, haben sie über die Jahre ein cooles Team zusammengestellt. Mittlerweile sind über 50 Rebmänner und Rebfrauen in Burgdorf, Herzogenbuchsee, Langenthal und Hutwiel für sie tätig. Da gibt es also jede Menge Lehrlinge, Monteure, Projektleiter und Administrationsmitarbeiter. Es wird überlegt, geplant, gerechnet, geschraubt, gebohrt, verrohrt, verkabelt und so weiter. Natürlich immer im Interesse des Kunden. Den wollen die zwei nämlich auf gar keinen Fall enttäuschen. Deshalb sind sie immer ehrlich, fair und zuverlässig. Jeder Auftrag ist ihnen wichtig. Sei es eine einfache Lampenmontage oder die topmoderne Vernetzung eines smarten, energiesparenden Hauses. Rebmann, die Stromer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020